Die erste Frage muss natürlich sein, Kevin Kourani hat die Schuhe ausgezogen und nur noch Badelatschen an. Ist das ein Ritual oder warum ist das so, Kevin? Ich muss mich erst mal erholen, weil die Dortmunder, die sind ja topfit. Er hat eben aber auch gespielt, ich weiß nicht, ob man das nicht gesehen hat, aber er hat auch mit Badelatschen gespielt gerade. Also da fliegen schon die Pfeile hin und her, da wird gestichelt. Ihr zwei seid privat ja auch ganz gut miteinander, ihr seid befreundet oder? Ja, boah, gut. Ich nehme den immer mit, weißt du, weil der keine Freunde hat, dann habe ich gedacht, okay, dann komm halt mit. Ich glaube, da kommt ein Konter von meiner rechten Seite. Ich weiß nicht, weil ich habe Angst, sonst nimmt er mich nicht mehr mit und dann habe ich wirklich ein Problem. Vielleicht kommt auch ein Konter von vorne. Ist es tatsächlich so, dass der gar keine Freunde hat? Also ich glaube schon, dass er unheimlich viele Freunde hat und dass die beiden auch sehr gut befreundet sind, weil wir waren gestern Abend noch gemeinsam am Abend. Wir kennen uns alle schon sehr, sehr, sehr gut. Also habt ihr euch gestern Abend auf den heutigen Tag vorbereitet oder was ist gestern passiert? Ja, wir haben natürlich den ganzen Abend nur Wasser getrunken und in Berlin ist es ja meistens üblich, dass man Wiener Schlitzel ist. Das haben wir natürlich auch gegessen. Also wir waren gestärkt für die Partie. Sehr gut. Und ihr beide, ihr wart auch gemeinsam im Skiurlaub. Ist es regelmäßig so, dass ihr gemeinsam wegfahrt oder war das das erste Mal so? Ja, wir waren schon ein paar Mal gemeinsam weg und jetzt zum zweiten Mal im Skiurlaub. War wunderschön, wir hatten eine Menge Spaß, glaube ich, das kann man sagen. Und ich bin aber halt froh, dass man aus den alten Tagen noch so ein paar gute Freunde behalten hat, mit denen man dann auch mehr als nur Fußball teilen kann. Ich habe aber auch gehört, dass es ganz gefährlich war, Roman. Was ist passiert? Also Ovo ist der absolute Rodelmeister. Also er ist der Chef auf dem Schlitten. Roman hat einmal die falsche Abkürzung versucht zu nehmen, aber es ist glimpflich ausgegangen. Aber wenigstens ist auf dem Platz auch alles gut gegangen beim Derby. Die Dortmunder haben die Schalke geschlagen. Was muss bei Schalke, Kevin, besser werden im nächsten Spiel? Also das ist ganz klar. Ich bin neu dabei bei den Schalkern. Zum ersten Mal. Ich muss erst die Mannschaft kennenlernen. Wir müssen uns anfassen. Euer Trainer hat gesagt, ihr trainiert zweimal die Woche. Ist das falsch? Ja, ich trainiere gar nicht. Da merkt man es gleich. Die trainieren zweimal die Woche. Aber ich glaube, ich muss anfangen zu trainieren. Dann wird was. Aber wir sehen es positiv. Es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wir gehen gleich zurück auf den Platz. Eine Frage muss noch sein. Kevin Korani ist bekannt für die Rückennummer 22. Warum die 14 heute? Asamoah, weil Asamoah kommt ja nicht mehr. Der ist zu dick geworden. Die haben ihn ausgewählt. Der soll anfangen mal wieder zu trainieren. Fußball, laufen und dann darf der mal wieder die 14 tragen. Ruhe. Vielen Dank.